Ich erkläre euch heute mal, wie ein Asynchron- oder Trichtrom-Motor funktioniert. Leider habe ich gerade nichts da, was ich euch zeigen könnte, aber ich dachte, das könnte auch noch fehlen. Also, Asynchron-Motor ist also in der Industrie am häufigsten verwendete Motor. Und auch in modernen Zügen wird hauptsächlich heute nur noch dieser Motor eingesetzt. Und auch die berühmten Tesla-Autos haben so eine Art Motor drinne. Aber wie funktioniert denn das? Also, ihr wart bestimmt schon mal im Freizeitpark und da seid ihr bestimmt durch Achterbahn gefahren. Und da habt ihr bestimmt so Wirbelstrombremsen gesehen, falls ihr genau hingeguckt habt in eurer Angst. Jetzt blende ich dann mal hier kurz ein. Ja, und wie funktioniert das? Also, da hat man einen Magneten. Oder meistens so... Ja gut, man hat einen Magneten. So. Und der Streif dann über eine Metallfläche, so. Und da entstehen da drin Wirbelströme. Und die bremsen den Magneten. Ja. Und auf die Weise wird die Achterbahn halt gebremst. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir tun das Blech hier zu einem Zylinder zusammenbiegen. Tun die Magneten hier außen ran. Dann können wir hier mit Drehbewegungen ausbremsen. So. Jetzt haben wir aber den Blechzylinder bewegt. Jetzt könnten wir auch die Magneten bewegen. Und damit würden wir den Blechzylinder in Bewegung setzen. Weil es auf die Relativbewegung vom Magneten und den Zylinder ankommt. Äh... So. Aber was wird denn jetzt passieren? Wenn wir diese Magneten... ...durch Spulen ersetzen, die wir ringsherum bauen. So und so und so. Jetzt mal ganz einfach gezeichnet. Und die... ...einen Kreis ansteuern. Ja. So dass sich ebenfalls ein dreiendes Magnetfeld bildet, wie von diesen Magneten hier. Ja, dann würde der sich auch in Bewegung setzen. Ja, und genauso funktioniert das beim... So ähnlich funktioniert das beim Asynchronmotor. Da hat man außenrum einen Ständer mit Spulen. Kann ich vielleicht auch nochmal kurz einblenden. Ähm... Ähm... Und in... Das ist ein... Das ist ein... Kein einfacher Blechzylinder, sondern das wird so eingeschnitten. Dann sieht das aus wie ein Käfig. Und deshalb nennt man das dann Käfigläufer. Den füllt man innen aus mit Eisenblech, damit die Magnetfelder noch besser geleitet werden. Und der besteht aus Alusträmen. Und... Ja, und im Stator hier... Das sind halt die Spulen, die erzeugen das rotierende Magnetfeld, nennt man ein Drehfeld. Und damit das Drehfeld im Läufer ein Strom induzieren kann, muss es sich immer mit einer anderen Geschwindigkeit bewegen als der Läufer. Ja, das heißt, bei uns hier in Europa dreht das Drehfeld zum Beispiel mit 50 Umdrehungen pro Sekunde. Und der Läufer muss ein bisschen langsamer sein, dass da die Wirbelströme induziert werden. Und das nennt man Schlupf. Ja, und daher kommt auch der Name Asynchronmotor, da der Läufer nicht synchron zum Drehfeld läuft. Die meisten Asynchronmotoren sind Drehstrommotoren. Dabei entsteht das Drehfeld durch die Phasenverschiebung der drei Außenleiter, die an verschiedene Spulen angelegt werden. Je nachdem, wie viele Spulen man in den Motor wickelt, ergeben sich unterschiedliche Drehzahlen. Bei drei Spulen und drei Außenleitern sind das wegen des Schlupfs ein bisschen weniger als 300.000 Umdrehungen pro Minute. Und bei sechs Spulen sind es dann ein bisschen weniger als 1500, also zum Beispiel 1450 oder so und so weiter. Es gibt auch Motoren mit umschaltbaren Spulen, sodass verschiedene Drehzahlen möglich sind. Drehzahlen kann man auch heutzutage auch über Frequenzumrichter steuern, die unterschiedliche Frequenzen erzeugen. Das nutzt man zum Beispiel in Zügen oder in den Tesla Autos. Des Weiteren kann man die Motoren auch in Dreieck und in Stern schalten. Beim Stern werden die Spulen so verschaltet an die drei Außenleiter und beim Dreieck so. Also es geht nicht mit allen Motoren, manche gehen dadurch kaputt. Und dadurch kriegt man unterschiedliche Leistungen, aber bei der gleichen Drehzahl. Also er hat dann mehr Drehmoment, wenn er vom Stern ins Dreieck geschaltet wird. Den Stern nimmt man dann meistens zum Anlaufen und das Dreieck dann für den Betrieb. Dann gibt es noch Sonderbauformen wie den Kondensatormotor. Das ist mechanisch genauso aufgebaut wie der Drehtromotor. Allerdings hat man da nur zwei Windungen drin im Ständer reingewickelt, die 90 Grad aufeinander stehen. Und die Phasenverschiebung entsteht dadurch, dass eine, die Hilfswicklung nennt man die, wie ein Kondensator angeschlossen wird und dadurch, durch die Blindströme die fließen, gibt es eine Phasenverschiebung um 90 Grad und dadurch bildet sich ebenfalls ein Drehfeld. Und den Spaltpolmotor. Das ist so ein Motor. Der ist hier mit so Schenkeln. So sieht er meistens aus. Da ist nur eine Wicklung drauf. Hier ist der Läufer, der Käfischläufer. Und dann schneidet man hier so Spalten rein. Deshalb heißt der Spaltpolmotor, auf dem man eine Kurzschlusswindung drauf dreht. Und wenn hier das Wechselfeld entsteht, dann muss das in den Kurzschlusswindungen ebenfalls Ströme induzieren. Und das so, dass das Managefeld sich an den Ecken verspätet aufbaut. Und dadurch entsteht hier auch ein leichtes Drehfeld, was den Läufer dann in Bewegung setzt. Und dann gibt es noch den Schleifringläufermotor. Da ist der Läufer. Im Läufer richtige Spulen angebracht. Und die Anschlüsse werden mit Schleifringen nach außen geführt. So. Und dann kann man die Ströme, die hier induziert werden, von draußen steuern. Zum Beispiel mit Widerständen abschwächen und den Motor langsamer anlaufen lassen. Ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.